Hallo zusammen, heute wollte ich euch etwas über Netzwerkkabel erzählen und worauf ihr achten müsst. Weil häufig kommen die Probleme schon durchs Kabel und da gibt es einige Dinge, die man erkennen kann, auch als Laie, auf die man achten sollte. Hier, das ist so ein typisches Beispiel, sind also zwei Netzwerkkabel, die sehen jetzt auf den ersten Blick eigentlich gleich aus, oder fast gleich. Aber, wer erkennt den Unterschied? Richtig, das hier hat nochmal eine Metallhülle, die hat weniger damit zu tun, dass es stabiler wird, die ist für die Schirmung ganz wichtig. Das heißt, ein echtes Kategorie 6 Kabel kann überhaupt nur Kategorie 6 sein, wenn es eine Schirmung hat. Und da muss man eben gucken, dass da schon mal so eine Metallhülle drumherum ist. Diese Kabel, die werden leider häufig mitgeliefert mit Fritzbox und allen möglichen Geräten, die man so mit Netzwerk kaufen kann. Die sind halt zu billig. Ich weiß nicht, sieht man das ganz gut hier? Und so, kann man da, stellt er das scharf? Ich weiß nicht, mal gucken. Ach, schade. Ja, also so sieht das aus. Und da kann man reingucken, da sieht man die Kabel hier und da ist keine Schirmung. Das taugt nicht viel. Damit kann man keine gute Netzwerkleistung erreichen. Und man hat das Problem, dass das sehr schnell gestört werden kann durch andere Elektrogeräte, die da in der Nähe sind. Also, da sollte man drauf verzichten. Ich habe jetzt extra mal gesucht, ob ich überhaupt noch so eins finde, weil ich schmeiße die normalerweise direkt weg, wenn die irgendwie bei mir auftauchen, dass ich die nicht versehentlich nehme. Und so muss das also mindestens auch sehen. Diese Kabel, die heißen Twisted Pair. Da wollte ich euch auch mal zeigen, warum die so heißen. Also, das ist so ein Netzwerkkabel, so ein Verlegekabel. Verlegekabel unterscheiden sich etwas in ihrer Stabilität. Die sind da eben dazu gedacht, dass man sie durch die Wände zieht und verlegt im Haus und in Gebäuden. So, und jetzt hier, das ist Twisted Pair. Also, zwei Paare sind immer miteinander verdrillt. So sieht das aus. Das ist ein relativ einfaches Kabel, Kategorie 5. Und jetzt habe ich hier noch ein ganz teures. Das ist ein Kategorie 7 Kabel. Da ist auch erstmal so eine Schirmung. Und jetzt seht ihr, jetzt sind die ineinander verdrillt. Und jedes einzelne dieser Pärchen ist nochmal in eine Schirmung eingepackt. Hier, das ist auch nicht so ganz einfach, das ist eine relativ dicke Folie. Da sind die dann drin. Das muss man übrigens, wenn man die selber an die Dosen patcht oder an die Panels patcht, ganz wichtig. Die Vorschrift ist, dass man das hier nicht abisoliert. Also, ich habe da schon einige Elektriker gesehen. Gibt es auch einen großen YouTube-Kanal. Der redet darüber. Und der hat das hier komplett abgemacht. Das ist natürlich, dann kann man auch das billige Kabel nehmen. Dann kann man auch das hier nehmen, wenn ich das abmache. Das muss also bis an die letzte Klemme, muss das hier eingewickelt bleiben. Das ist entscheidend. So ist auch die Norm. Und da gibt es eine Vorschrift zu. Aber wie immer, nicht jeder kennt alle Vorschriften. So, also Twisted Pair ist wichtig. Zusammen. So, und jetzt gibt es dann auch solche Kabel. Ja. Die habe ich hier original verpackt. Jeder, der eine Fritzbox hat, kennt die. Also, die sind ja doppelt schlecht. Also, da ist einmal, sind die nicht geschirmt. Ja, sieht man. Und dann sind die alle parallel. Also, nichts mit Twisted Pair. Das ist also noch schlechter. Weil diese Datenübertragung, die da drin läuft, die mag es eigentlich überhaupt nicht, wenn die alle parallel laufen. Da gibt es Interferenzen. Und das ist extra von der Technik so gemacht, dass die getwistet sein sollten. Damit sie gut funktionieren. Nun ja. Also, nicht verwenden. Ganz schlimm ist natürlich sowas hier, das ist eher fürs Telefon. Aber das habe ich ja auch schon gesehen, dass die Leute das dann einsetzen, um ihre Netzwerke zu verbinden. Solche Stecker, das geht ja gar nicht. Also, da ist dann gar nichts. Das Kabel hat gar keine Schirmung. Also, bei dieser Variante kann es sein, dass da vielleicht noch eine Schirmung im Kabel drin ist, die nur nicht bis oben hin rausgeführt ist. Aber hier ist ja überhaupt nichts. Also, wenn man das sieht, sofort rausnehmen. Nicht verwenden für ein Netzwerk. Dann wollte ich noch eine kleine Sache sagen. Bei den Netzwerkkabeln, da gehen sehr oft diese Häkchen hier kaputt. Die sind ja dafür da, wenn man die reinsteckt in die Dosen, dass die sich dann da verriegeln. Und wenn die kaputt sind, dann kann man eigentlich das Kabel nur wegschmeißen, weil es ja dauernd rausfällt. Und da gibt es was Nettes, kann man für ein paar Euro kaufen. Da gibt es so Ersatzteile. Die kann man dann, sollte das Kabel kaputt sein, hier einfach drüber stecken. Und dann hat er wieder so einen neuen Haken. Bei einigen Kabeln hier, da muss man leider ein bisschen was von der Plastikumhüllung wegschneiden, damit das geht. Aber so ein Kabel kostet ja relativ viel Geld. Also, ich meine, unter 5, 6 Euro kriegt man so ein teures Kabel nicht. Und es wäre halt wirklich schade, nur wegen diesem kleinen Plastikhäkchen das wegzuschmeißen. Und das ist eine gute Lösung. Ich habe da, wie gesagt, so einen ganzen Becher vollgekauft. Und da kann man die Kabel schon nochmal retten. Wenn man geschickt ist, nimmt man dann so ein Kabel eben erst für Stellen, wo man sie nicht dauernd rausziehen will. Also irgendwo am Switch einmal installiert und fertig. Und dann hat man immer noch ein gutes Kabel, auch wenn das Häkchen abgebrochen ist. Dann gibt es noch eine Variante, da sind die Häkchen etwas anders ausgeführt. Dann sind die so ein bisschen geschützt. Das zieht dann bei denen hier zum Beispiel. Da ist so ein Schutz, dass das, wenn man das zieht irgendwo, dass das dann nicht an dem Haken hängen bleibt und der dann abbricht. Da gibt es verschiedene Varianten. Die mag ich am liebsten, weil die sind hier komplett offen. Das heißt, mein Reparatur-Set würde sofort funktionieren, ohne dass ich da was schnitzen muss. Und die gehen auch in alle Dosen rein. Einige Dosen sind nämlich so gefertigt, dass die mit solchen Kabeln, die hier so einen dicken Plastiküberwurf haben, gar nicht gut funktionieren. Da kriege ich die gar nicht richtig rein, weil das dann an der äußeren Hülle von der Dose schon festhängt. Gerade bei so Netzwerkdosen, da gibt es ja die sonderbarsten Konstruktionen. Und diese hier, die passen halt immer. So, jetzt wisst ihr schon mal Bescheid, welche Kabel ihr nehmen sollt und welche ihr nicht nehmen sollt. Und in einem meiner nächsten Videos zeige ich euch, wie man die Fritzbox richtig schnell macht.